Seit Format und Titelveränderung vom Europapokal der Landesmeister zu Eva Schemzig 1992 spielten schon insgesamt 170 Vereine aus 40 Ländern in der europäischen Königsklasse. Bei dieser Anzahl an ehemaligen Schemzig-Teilnehmern war schon gefühlt jede europäische Großstadt einmal international vertreten. Nicht nur Großstädte, sondern eher kleinere Städte wie Sinsheim, Kaiserslautern, Lons, Monaco, Villareal oder Rassgrad spielten tatsächlich mal in der Königsklasse. Neben diesen in Anführungszeichen Dorfklubs nahm auch mehrere verschiedene Vereine aus Großstädten wie Athen, London, Moskau und Istanbul an der Schemzig teil. Während Mailand in der K.O.-Runde noch mit zwei Vereinen diese Saison vertreten ist, gibt es auch europäische Millionenstädte, die noch kein einziges Mal Schemzig-Fußball genießen konnten. Im heutigen Video sechs Großstädte, in denen noch nie Schemzig-Fußball gespielt wurde. Platz 6. Krakau Krakau ist eine Stadt in Süden Polens und ist die Hauptstadt der Wollwotschaft Kleinpolens. Die kreisfreie Großstadt ist mit 780.000 Einwohnern die zweitgrößte des Landes und die sechstgrößte Stadt, in der noch nie Schemzig-Fußball gespielt wurde. Die zwei größten und erfolgreichsten Vereine aus der Stadt sind K.S. Krakowia und Wissla Krakau. Krakowia Krakau wurde am 13. Juni 1906 gegründet und ist einer der ersten Fußballvereine Polens. Aktuell spielt der Verein in der Extraklasa die höchste Spielklasse des Landes und steht dort zur Zeit auf Platz 6. Krakowia wurde insgesamt fünfmal polnischer Meister und einmal 2019-20 polnischer Pokalsieger. Neben zwei Teilnahmen am UEFA Intertoto Pokal war der Verein dreimal Teil einer Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League, aber schalte jeweils in der ersten Runde. Der Stadtrivale Wissla Krakau wurde ebenfalls 1906 gegründet und spielt nach Abstieg aktuell in der zweiten polnischen Liga und gilt dort als Aufstiegsfavorit. In der Geschichte wurde der Verein 13-mal polnischer Meister und 4-mal polnischer Pokalsieger. Der Verein qualifizierte sich mehrmals für den UEFA Cup bzw. UEFA Europa League und erreichte im Europapokal der Pokalsieger zweimal das Achtelfinale. 1978-79 schaffte es der Verein im Europapokal der Landesmeister es bis ins Viertelfinale, aber an der uns heute bekannten UEFA Champions League nahm der Klub und die Stadt Krakau nie teil. Platz 5. Köln Köln ist eine kreisfreie Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit rund 1,1 Millionen Einwohnern. Die Stadt am Rhein ist neben den Kölner Dom und Karneval für den etablierten Fußball in der Millionenstadt bekannt. Vereine wie Fortuna Köln und der 1. FC Köln spielt nicht nur allesamt für eine Saison in der ersten Fußball-Bundesliga, sondern letzterer spielt sogar aktuell Erstklassig. Der 1. FC wurde im Februar 1948 durch eine Fusion gegründet und wurde insgesamt dreimal deutscher Meister und viermal deutscher Pokalsieger. Der Verein spielte in seiner Historie mehrere Male international und erreichte im UEFA Pokal viermal, im Europapokal der Pokalsieger einmal und im Intercity Spheres Cup zweimal das Halbfinale. Auch im Vorreiterwettbewerb der UEFA Champs League, der Europapokal der Landesmeister, erreichte der 1. FC Köln 1978-79 das Halbfinale. Neben dem Finaleinzug im UEFA Pokal 1985-86 qualifizierte sich der Verein ab und zu für die UEFA Europa League oder die UEFA Europa Conference League. Aber für die Champs League hat es noch nie gereicht. Auch Viktoria Köln, die 1963 am UEFA Pokal teilgenommen haben oder der SC Fortuna Köln, waren noch nie ansatzweise in der Nähe der Königsklasse. Platz 4 Birmingham Birmingham ist ein städtenfeindlichen Königreich und ist mit 1,14 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt in England und die größte auf der Insel, die noch nie in der Champs League gespielt hat. Zwei bekanntesten Klubs aus Birmingham ist der englische Zweitligist Birmingham City FC und der Premier League Klub Austin Villa. Während die Blues paar Mal erfolgreich am Intercity Spheres Cup und 2011 12 als englischer Zweitligist an UEFA Europa League teilgenommen haben, war der Stadtkonkurrent Austin Villa international deutlich erfolgreicher. Villa wurde insgesamt siebenmal englischer Meister und siebenmal englischer Pokalsieger. Durch diesen ganzen nationalen Erfolgen zwischen 1887 bis 1981 spielte der Verein des öfteren europäisch. 1981 wurde man englischer Meister und qualifizierte sich dadurch 1981-82 für den Europapokal der Landesmeister, der Vorreiter zur heutigen UEFA Champs League. Dort setzte sich der Birminghamer Klub gegen Kandidaten wie Valorekjavik 7-0, BFC Dynamo 2-2, Dynamo Kiev 0-2 und RSC Anderlecht 1-0 durch und erreichte gegen den FC Bayern München das Endspiel des Europapokals der Landesmeister. Dieses gewann sogar Villa und wurde 1982 zum besten Verein Europas gekrönt. Bis auf den Gewinn des UEFA Supercups 1982 holt der Klub keinen ernstzunehmenden Titel in England mehr und qualifizierte sich aus diesem Grund nie für die Zeit 1992 eingeführte UEFA Champs League. Platz 3 Nishni Novgorod Nishni Novgorod, zwischen 1932 bis 1990 als Gorki bekannt, ist mit 1,26 Millionen Einwohnern die fünfgrößte Stadt der russischen Föderation. Der bekannteste Verein aus der russischen Großstadt ist seit 2015 gegründeter FK Nishni Novgorod. Da dieser Verein relativ neu ist und diese Saison erst in der ersten russischen Liga aufgestiegen ist, gibt es über den Klub keine internationale Historie. Ein Verein aus Nishni Novgorod, der mal an einem Europapokal-Wettbewerb teilgenommen hat, ist Lokomotive Nishni Novgorod. Dieser Verein ist einer der Gründungsmitgliedern der russischen Premier Liga und erreichte 1997 das Halbfinale des UEFA Intertoto-Pokals. An anderen internationalen Wettbewerben, wie die UEFA Europa League, Conference League oder Champs League, hat der Verein sich noch nie qualifiziert. Das macht Nishni Novgorod zu der größten europäischen Großstadt ohne offizielle internationale Beteiligung. Platz 2 Scharkiv Scharkiv oder auch Scharkov ist eine ukrainische Großstadt und mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte im Land. Die vom Krieg stark betroffene Stadt hat gleich zwei Fußball-Profi-Vereine, die aktuell in der ersten ukrainischen Liga spielen. Einmal der FK Metalist Scharkiv und der FK Metalist 1925 Charkiv. Der FK Metalist 1925 Charkiv ist der jüngere der Charkiva-Clubs, denn dieser wurde erst im August 2016 gegründet, als dem Ursprungsverein der FK Metalist Scharkiv die Lizenz entzogen wurde. Der ältere und richtige Scharkiva-Club ist der FK Metalist Scharkiv, dieser 1925 gegründet wurde. Dieser Verein gewann 1988 den sowjetischen Pokal und wurde 2012-13 zweite in der ukrainischen Liga. Metalist nahm ab und zu am internationalen Geschäft teil und erreichte 2011-12 das Viertelfinale der UEFA Europa League. Nach der erfolgreichen Saison 2012-13, wo der Klub die Liga auf Platz 2 beendete, kam der Verein in die Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Dort bekam der FK Metalist in der entscheidenden Playoff-Runde den FC Schalke 04 zugelost und würde sich durch einen Sieg erstmals für die Königsklasse qualifizieren. Zu der Begegnung mit den Königsblauen kam es allerdings nie, da der Verein im August 2013 disqualifiziert wurde, wegen einer Verwicklung vom früheren Sportdirektor Yevgeny Krasnikov im Manipulationsskandal 2008. 2016 wurde der Verein aufgelöst und 2019 wieder neu gegründet und spielt aktuell wieder Erstklassige in der Ukraine. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen. Düsseldorf aus Deutschland mit 619.000 Einwohnern war mit der Fortuna noch nie in der Schemes League. Kinschinau aus Moldawien mit 532.000 Einwohnern war mit FC Dacia und Simbrou noch nie in der Königsklasse. Tirana aus Albanien mit 600.000 Einwohnern war mit KF Tirana oder FK Partizani Tirana noch nie Teil der Schemes League. Und Saragossa aus Spanien mit 675.000 Einwohnern spielte mit Real noch nie in der Königsklasse. Kurzer Disclaimer, in diesem Video kommen keine Länder doppelt vor, weshalb Städte wie Samara, Odessa, Pirem, Worunsch, Volgograd und so weiter nicht ausführlich behandelt werden. Die Top-Liste würde sonst nur Städte aus der Ukraine und Russland bestehen. Und bevor es welche in den Kommentaren anmerken, ja ich habe die beiden kaukasachischen Städte Jerewan und Tiflis leider vergessen. Platz 1 Almaty Almaty, früher auch als Alma-Ata bekannt, ist eine 1,9 Millionen Einwohner großen Stadt in Kasachstan und liegt südlich in der Nähe der kirgisischen Grenze. Die Stadt Almaty ist die größte Metropole in der Kasachischen Republik und war 1936 bis 1997 die Hauptstadt des Landes. Nicht nur von der Einwohnerzahl her ist Almaty einer der größten, sondern auch dessen Fußballverein FK Kvairat Almaty. Dieser Verein wurde 1954 gegründet und spielte sowohl regelmäßig in der höchsten Spielklasse der Sowjetunion und nach dessen Zerfall wurde der Verein Gründungsmitglied der 1. Liga Kasachstans. Der Verein wurde insgesamt dreimal kasachischer Meister, zehnmal kasachischer Pokalsieger und erreichte 1963 das Halbfinale des sowjetischen Pokals. Nach Auflösung des sowjetischen Fußballverbandes wurde der Kasachische Fußballverband 1994 Mitglied im AFC. Dort spielte Kvairat zweimal international und kam 2000-2001 ins Viertelfinale des asiatischen Pokals der Pokalsieger. 2002 trat Kasachstan in die UEFA bei und der Verein spielte ein paar Jahre später, 2005, in der Qualifikation für die Königsklasse, aber scheiterte bereits in der ersten Qualifikationsrunde gegen Art Media Bratislava. Danach nahm der Klub mehrmals an internationalen Qualifikationen teil, aber erreichte höchstens die Playoffs der UEFA Europa League 2015-16. Der erste internationale Auftritt in Europa von Almaty war 2021-22 in der UEFA Conference League, wo der Verein jedoch in der Gruppenphase als letzter ausschied. Danach schaffte es Kvairat nochmal in die Conference League Playoffs, aber konnte sich nicht qualifizieren. Das letzte Mal, als der Klub die Chance hatte, sich für die Champions League zu qualifizieren, war 2021-22, wo es in der zweiten Runde Schluss war. Mit fast 2 Millionen Menschen ist die ehemalige Hauptstadt Kasachstans die größte Stadt, die noch nie in der Champions League teilgenommen hat. Jetzt zum Schluss eine kleine Quizfrage. Was ist die kleinste Stadt, die jemals in der Champions League teilgenommen hat? Ist es A. Sinsheim mit der TSG 1899 Hoffenheim? Ist es B. Lons mit Erzilons? Ist es C. Akdam mit Karabag-Akdam? Oder ist es D. Villareal mit dem FC Villareal? Die richtige Antwort ist C. Karabag-Akdam. Denn A hat 35.482 Einwohner, B 30.413 Einwohner, D 50.893 Einwohner und die richtige Antwort C hat keinen einzigen Einwohner. Wenn ihr wissen wollt warum, wartet auf das nächste Video mit 6 Top Clubs aus kleinen Städten. Das war es jetzt auch mit diesem Video. Wenn ihr wissen wollt was die größten internationalen Pokalwunder waren oder warum Grönland kein FIFA Mitglied ist, dann klickt hier in der Endcard. Wenn ihr schon dabei seid, dann schreibt einen netten Kommentar für den Algorithmus und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.